This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Turniertag, vierter Tag der Woche Bloody Battle 5 Sterne, kein Rot, das ist mein erster Gegner, wir müssen uns heute wieder vernünftig durchboxen Ich werde das hier mal mit 3-1-1 beginnen, weil irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich werde den Dispail definitiv brauchen Ja, gucken wir uns das Ganze mal an, hier sind genug Minions am Start vom Gegner Das heißt, wir können Ogimas Stärke komplett ausspielen Okay Wir haben einiges an Lila Ich könnte Grün spielen, das geht in Lila Ich könnte Blau spielen Warte mal Wenn ich Gelb-Rot spiele Jo, dann habe ich ein Lila Match auf jeden Fall Damit starten wir einfach mal, wir haben nur ein blaues Match Damit können wir nicht allzu viel anfangen, ich brauche 6 Steine Okay, jetzt habe ich sogar 2 blaue Matches Warte mal, wir spielen erstmal Lila, sicherheitshalber schonmal Das heißt, lass uns mal die Steine etwas höher ziehen Okay, da ist jetzt auch ein gelbes Match Wir können unseren Taunt anschmeißen Wir könnten auch einen Sobek spielen, ne? Wobei, wir warten mal nochmal mit einem Spot Ich will erstmal gelb spielen Jetzt kann ich nämlich nochmal gelb spielen Wobei Das ist jetzt ein bisschen tricky Ja, wir machen Taunt an Gut wäre jetzt, wenn ich nirgends wo rein spielen müsste, ne? Spielen wir mal Blau Okay Wenn ich jetzt Rot spiele Passiert da eigentlich nichts Und ich habe den nächsten Zug Anne Ja Außer Blau kommt jetzt nach, Alter Aber das ist ja Das wäre ja unrealistisch Okay, jetzt können wir hier was machen Gehen wir mal auf Kadilen Da haben wir genug Steine In die Richtung jedenfalls Blau-Gelb wird sie nicht killen Obwohl wir einen Attack-Up haben Joa Spielen wir rein, ne? Okay, die ist weg Kunel geht nur auf Forces Forces löst aus Wir haben Timeros mit dabei Ist also egal Ogima zuerst Weil noch ein Minion am Leben ist Und dann haben wir immer noch ein gelbes Match Aber das ist nicht notwendig Wie viel Leben hat sie noch? 45 Blau reicht Okay Okay, das Match wird ein bisschen tricky Aber der hat hier definitiv was verpasst Erstmal, dass er überhaupt drei Blaue Nebeneinander stellt Ist schon krass genug Kirill mit dabei Ja, keine Ahnung Weiß es nicht Ähm Ja, wir müssen nur auf Ogima ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir hier mit Grün reingehen Ist ja wohl klar Eine Reihe unter dem Blauen, ey Und dann Sieht das schon gar nicht so verkehrt aus Aber ich denke mal Wir müssen hier sowieso erstmal etwas machen Wir können hier Bewegung reinbringen Indem ich Blau spiele Das geht in Lila Der Grünstein geht hoch, okay Wir müssen natürlich Wie gesagt Wir müssen ein bisschen auf Ogima aufpassen, ne? Das ist Ganz klar So, jetzt haben wir zwei Matches hier In Grün sogar Ja, wäre die Kombo nicht gewesen Dann wäre Tinsel auch so down gegangen Aber ist nicht weiter Schlimm Der erste ist schon mal weg Ein lila Stein Das wäre leider direkt ein Ogima Und ich habe ein Deathdown Drei Züge Shit Ja, aber es ist auch genauso behindert In Krampus reinzuspielen Ich habe hier nicht allzu viele Züge Ich habe Blau Dann geht der Gelbe Stein hoch Die Chance besteht Dass Ogima getriggert wird Sonst könnte ich auch Blau unter Krampus spielen Nur Taunt an Ja, ein Minion wird verschwinden Aber bevor Mein Raven Minion da auch verschwindet Äh, ne Das machen wir nicht Gut, dann spielen wir gelb Gut, dann spielen wir gelb Das geht in Blau In Rot Jetzt haben wir wieder ein bisschen Grün gewonnen Okay, lass ihn mal am Leben So, dann holen wir den einen gesühnen Stein sogar weiter hoch Dann haben wir noch ein Match Okay, von unten jetzt auch So, dann machen wir Warte mal Dark Knight darf eigentlich nicht auslösen In Krampus ist egal Also gehen wir auch auf die rechte Seite So, der ist down Wir haben ein gesühnes Match unter Ogima Sollte auf jeden Fall auch sterben Wobei, der hatte einen Doppelbreak, ne Der wird nicht sterben Der wird nicht sterben Da wird er erstmal einen Minion bekommen Scheiße Ist egal, gut Dann wird es Krampus jetzt auslösen Dann haben die halt nochmal Minions So Ja, und die Seite ist sowieso nutzlos, ne Das ist ja wohl Fakt Ja, in das Match gehen wir ganz klar Mit der starken Farbe rein, ne Das wird ein hartes Match Das wird definitiv ein hartes Match Okay, ich kann blau in Azamuz rein spielen Heilung bekommen die ja nicht Aber Immunität halt Dann Haben wir ein lila Match Wir haben hier sehr viel Blau Viel zu viel Blau Also fangen wir auch erstmal mit lila an Gucken wir mal was Oh, nice Da hat sich ein Diamant entwickelt Schade, dass ich da keine Kombo habe Wir spielen voll rein Weg ist Abrams Okay, wir können Taunt anmachen Kai löst nämlich jetzt gleich aus Wir werden die gelben Steine sowieso nicht zusammenbringen Ähm, dann kann ich auch Ja, dann kann ich auch den Diamanten spielen, ne Warum warten? Oder worauf? Ist nicht notwendig Ja, Langstein kann sich nicht wiederbeleben Das einzig nervige ist Kai Der kann evaden Ähm, ja, gehen wir erstmal auf das Hippo Das darf mich auslösen So Hippo ist down Wir haben ein lila Match Ah, das gefällt mir nicht, ey Das überlebt er Gucken wir mal Da gelb nachkommt von unten Na? Ah, okay, nice Immerhin ist lila nachgekommen Das war nicht unsere so starke Farbe, aber Immerhin etwas Ja, den Taunt können wir uns sparen Wir können hier nochmal gelb anspielen Okay Das war's dann auch schon Okay, das wird jetzt eine harte Nummer Doppel eher lang Aber ganz den Sinn habe ich hier auch nicht verstanden Zwei Spotter, okay Wenn er da eine Idee hinter hat Aber dann Forsters Außen Weil, okay, Grün ist stark Aber dann kriegt er auch nur Mrs. Ninja Minion und er selbst Ja, mal gucken Vielleicht Wahrscheinlich Zerstören mich sowieso die Erlangs Ich bin jetzt mit Blau rein Und ich habe einen blauen Stein Das fängt ja schon Ja Was soll ich dazu sagen Okay Also Displayen kann ich schon mal nicht Das ist eine Tatsache Wir haben Gelb Also ich kann Grün spielen Dann habe ich Gelb oben Aber dann mache ich mir mein gelbes Match in Forsters kaputt Also spielen wir das mal zuerst So Dann spiele ich Grün Das geht in Gelb Ne, warte mal Dann mache ich mir mein nächstes gelbes Match kaputt Also spielen wir in Erlang rein Okay So Jetzt spiele ich Grün Das geht in Gelb Stopp Ne Neuner Kombo, Alter Jetzt halt doch mal an Okay, gut Sehr schön So Ein Minion ist vorhanden Also gehen wir als erstes mit Ogi mal rauf Warte mal Was habe ich denn danach noch Nicht allzu viel, ne Die Queen muss auf jeden Fall sterben Vielleicht sollte ich nicht Mit Ogi mal wegen diesen einen Minion drauf gehen Gehen wir mal auf einen Erlang Okay Die Queen Ogima Forces Ne, ich gehe mit Ogi mal auf jeden Fall drauf Und die haben alle überlebt Die verfluchten Doppelbreaks, Alter Mann, ey Ich glaube das nicht Wie viel Leben hat die? 93 Ne, den blauen Stein wird sie überleben Rot-Grün könnte ich spielen Dann wäre die Queen Nächsten Zug Down Machen wir das so Erlang sollte dann auch down sein, ne 39 Ich spiele jetzt mein Match links Spiele ich extra nicht, ne Okay Ja, wieder eine Kombo, Alter Och Gott Das musste jetzt nicht unbedingt sein Aber gut Forces ist down Wir haben einmal gelb Lebt immer noch der Clown Aber gut Das war's definitiv Ja, okay Sie lebt auch noch Ey, Alter Ja Ich hab den Attack down halt, ne Was kann ich hier noch machen? Ja, springen wir halt rechts weiter Ich mein sie kann sowieso nicht heilen Aber Äh Jetzt haben wir noch ein gelbes Match Jupp Und weg mit dir Danke Okay, das letzte Match Mh, yeah Wir haben nicht allzu viel Lila Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen Ich kann gelb spielen Das geht in Rot Das wär schon mal etwas Ganz außen in das Hippo Grün rein spielen Damit ich den Gelm weiter nach innen ziehe Ist natürlich Mist Direkt in das Hippo spielen Ist zum Anfang komplett kacke Was ich noch machen könnte Ist Ähm Grün in alle drei zu spielen Hippo, Grace und Cadillen Damit hätte ich ein weiteres Match Wir fangen erstmal hier an Auf der rechten Seite zu bewegen Das ist mir immer noch lieber Als das Hippo auslösen zu lassen Weil Dann Hab ich am Anfang schon verloren Da kann ich nichts gegen machen Ja, okay Wir spielen mal Lila an Da ist auch noch Gelb nachgekommen Okay Dann ziehen wir den Gelmstein weiter nach oben Dann hab ich da ein Match So Ein Lila Match fehlt uns noch Okay Das können wir auch direkt in Cadillen spielen Mist Weaver löst aus Okay Das Gelbe Match machen wir uns ja da nicht kaputt Ne Deshalb werde ich jetzt erstmal Lila anspielen Bevor die anderen Anfangen hier Eskalation zu machen Ne, halt an, Junge So Wir haben Minions Wir haben immer noch Lila Wir haben immer noch Lila Das Gelbe Match, Alter Das würde ich natürlich jetzt gerne spielen, ne Das machen wir auch Wir wollen ja den Spieß so ein bisschen umdrehen Wie lange haben die noch? Dodge Ein Zug Das ist gut Sehr gut Ich würde sagen, wir lassen Grace Sogar auslösen Würde ja jetzt noch Sinn machen, ne Wenn wir Forces opfern Dann am besten jetzt Gut, dann gehen wir auf das Hippo Queen Hogema Ende Sehr schön Ja, den Tag haben wir uns auch Sehr schön durchgekämpft Meine Verteidigung ist A Mit dem B habe ich gerechnet Dass der Anfang so beschissen läuft Ich hasse das in 5 Sterne Sag ich ganz ehrlich Das ist komplette Scheiße einfach nur Am ersten Tag, ne Und danach war alles gut Aber egal Ich mache mir da nichts draus Bei 5 Sterne Die ersten haben 19.000 Da sieht man das auch Ich habe 16.000 Alter Das ist schon alleine 3.000 Unterschied Ach ja Nochmal schnell vorweg Das ist auch der größte Witz Sag ich ganz ehrlich HammerTask Wieder nicht gefeatured Im Covenant Portal Selbst Das ist unfassbar Und Waterpipe ist Minimum zum zweiten Mal gefeatured Holestone zum zweiten Mal gefeatured Ja, ich sage da nicht zu Also Fakt ist Ich werde meine Münzen weiterhin sparen Ich habe es ja schon vorher angesagt HammerTask ist nicht drin Es bleibt alles beim Alten Hier wird keine Beschwörung stattfinden Ansonsten Wenn ihr beschwört Natürlich euch viel Glück Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Video